So vieles ist geschehen, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe. Ich habe meinen Hammer verloren. Das war erst gestern, also der Schmerz ist noch ziemlich frisch. Und dann ging ich auf eine Reise, um mich selbst wiederzufinden. Auf der ich dich traf. Wo sind wir? Das wirst du nicht glauben. Hela, die Göttin des Todes, hat Asgard überfallen. Oh, wie mir das gefehlt hat. Und wir haben gegeneinander gekämpft. Habe ich gewonnen? Nein, ich habe gewonnen. Ganz einfach. Glaube ich nicht. Doch, auf jeden Fall. Asgard ist tot. Und es wird wiedergeboren nach meinen Vorstellungen. Ich dachte, ihr freut euch, mich zu sehen. Wir müssen sie hier und jetzt aufhalten, um Ragnarök den Kampf der Götter zu verhindern. Das Ende von allem. Also stelle ich ein Team zusammen. Wie in alten Zeiten. Überraschung. Das wird ein Riesenspaß. Hallo. Hi. Er ist ein Kämpfer. Und los geht's. Ich bin weder Königin noch Monster. Ich bin die Göttin des Todes. Welcher Gott warst du noch mal? Thor. Tag der Entscheidung. Wir sind uns sehr ähnlich, du und ich. Einfach zwei hitzköpfige Trottel. Ja, ähnlich. Hulk ist wie Feuer. Thor ist wie Wasser. Naja, eigentlich sind wir beide wie Feuer. Hulk ist wie ein echter Feuersturm. Thor ist wie eine lodernde Glut. Geht's. hast du auch. Halt. Geht's. Geht's.